Jawoll, erst mal lecken. Wie Task Complete hat er sich selbst befreit. Das ist ja auch witzig. Was ist denn jetzt passiert? Okay, cool. Willkommen zurück. Er hat mich herausgeschmissen. Ich habe überhaupt nichts sehen können in der Aufnahme. Die hat er auch nicht abgespielt, finde ich toll. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal von vorne starten. Ja, okay, ich habe das normale Gewehr. Wir müssen jetzt wieder versuchen, da drüben hinzukommen, wo die zwei Soldaten standen. Ja gut, schauen wir halt mal, wie wir verkacken. Da stehen zwei, das weiß ich. Mal schauen. Hier gibt es auf jeden Fall auch jede Menge Anomalien. Ich sehe sie nicht. Aha, die stehen also weiter hinten. Aha. Einen habe ich. Aha, der Zweite marschiert da rum. Ich glaube, den habe ich auch. Ich hoffe, er nimmt jetzt auch auf, weil irgendwie das war ja wohl nichts. Mal schauen, dass das funktioniert. Da hinten wartet noch ein Panzer am Ausgang. Da müssen wir wohl nochmal unsere Panzerbrüchse aktivieren. Mal schauen, was er jetzt treibt. Da liegt eine Waffe. Gib mir die. Da ist der andere hin. Der war doch auch hier irgendwo. Äh? Ach der liegt da noch oder was da vorne? Oder was das ist? Schauen wir mal. Okay, du erstmal. Zack. Gib mir dein Zeug. Bisschen Geld. Bisschen Ordnung. Aber ich sehe nicht, wo der Idiot hingebollert ist. Muss der nicht hier irgendwo sein? Ich lese nichts verstehen. Komisch. Wo ist denn der? Weil ich sehe auch seine Waffe nicht oder was. Finde ich jetzt nicht so gut. Boah. So. 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 Und dann geht es weiter. Normalerweise steht da am Ausgang ein Panzer noch. Bin ich jetzt blind? Ich sehe ihn nicht. Besser mal speichern. Oh, was ist denn, Junge? Kein Panzer. Seltsam. Oh, was ist denn? Komisch. Ich sehe nichts, nicht mal Soldaten. Seltsam. Ah, da sind sie, genau. Sehr schön. Ähm, Panzerbüchse. Okay, den Panzer scheinen wir zu haben. Ja, wo denn? Wenn ich was sehen würde. Ah! Äh, ich habe mir gar nichts erwischt. Äh, ich habe mir gar nichts erwischt. Weil, weil der das nicht mitgespeichert hat. Sag mal. Willst du mich verscheißern? Ah, weil das weg geht dann irgendwann. Aber wo seid denn ihr? Okay, da ist einer. Hey! Voll geil. Cool. Ähm, bis gleich. Schön. So, wieder hier. Vielleicht machen wir es anders. Versuchen es zumindest. Wir rennen mal da rüber. Na, bringt mir gar nichts. Kleiner Panzerbüchse auswählen. Ist vielleicht gescheiter. Geladend ist sie, okay. Ja, genau. So, wo kommt der Panzer? Ja, genau. Willst du mich verarschen? Kommt er diesmal gar nicht? Oder kommt er erst, wenn ich ein Stück hingehe? Ah. Okay, das war das. Aber wo sind die Vögel selber? Ah! Einen hab ich. Vielleicht sollten wir das mal speichern. Nummer zwei, von dem ich dann auch nicht looten werde können, weil der am Ausgang liegt. Von wo? Gibt's doch nicht. Bis gleich. Ah, da hinten laufen immer noch welche rum. Oh toll. Oh, toll. Vergessen die Aufnahmetaste zu drücken. Klasse. Die verarschen mich hier ein bisschen. Die verarschen mich hier ein bisschen. Ja, der ist natürlich auch wieder da. Aber von... Oh, man sollte schon auch auf da hinziehen. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht, ey. Bis gleich. Ich hab ja gedacht, ich komm heute ein Stück weiter, aber das sieht irgendwie schlecht aus. Ich hau jetzt mal ab hier. Ich geh mal lieber hier hin zurück. So. Vielleicht seh ich schon weiter weg mal, wo die hinlaufen. Aber ich seh natürlich überhaupt nix. Hast du den getroffen? Hm. Maybe. Ja, die anderen zwei, die hatten Exo-Rüstungen an. Das hab ich ja jetzt gesehen, wo sie da näher kamen. Also leck mich am Arsch. Kein Wunder, dass das so Schwierigkeiten hat. Mal gucken, ob der Blutsauger diesmal wiederkommt. Da steckt er im Baum. Irgendwo dahinter. Deswegen hab ich die auch nie gesehen. Da hinten ist auch noch einer irgendwo dahinter. Ich seh nichts. Cool. Da hat die Kontrolle was bewegt, oder? Ich seh gar nichts. Aber die sehen nicht, das steht fest. Sehr witzig. Wo stecken die Grüppel? Im Busch. Ah, die landet am Baum. Jetzt hab ich mich selbst erwischt. Cool. Ich seh nichts. Da wo ich jetzt hingucke, ist er. Ich hab ihn 100 Euro nicht erwischt. So. Jetzt seh ich ihn wieder nicht. Es ist zum Reiern. Natürlich hab ich gar nichts getroffen. Los gut, dass wir genug Munition haben. Genau da wo der Baum aufhört, steckt er. Ja. Ja, blöderweise immer noch. Ich krieg den nicht. Auf jeden Fall nicht von hier. Sehr schön. Ganz klasse. Ich lauf gleich in die Anomalie rein. Auch das noch. Viel zu weit. Vorne. Und so nix. Ja, ist immer noch da. Ja, war klar. Zack. Ja. Bleiben wir wahrscheinlich zu weit vorne. Ich seh aber auch gar nie nichts. Jetzt seh ich was. Ja, ja, ja. Fick dich. Gut. Okay. Vielleicht kommen wir ja doch noch raus. So weit ist da. Äh. Wobei. Von. Wo denn? Eieiei. Schön ist es. Ähm. Ich und was sehen. Und an zielen kommt natürlich erschwerend dazu. Aha. Mein Gott, geht sterben. Aha. Noch eine. Vielleicht sollte man das mal speichern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Holger ist frei, cool. Im Prinzip wäre jetzt eine optimale Uhrzeit, um diese Militärbasis zu machen. Soll ich ja was klauen, aber das mache ich jetzt glaube ich nicht, das mache ich irgendwann mal anders, wenn ich den Nerv dazu habe. Weil das ist echt witzig. Ist aber möglich, habe ich schon gesehen mit dem Grimmwald. Die ist nachgeladen, ach jetzt kriegt auf einmal Hunger der Idiot. Cool. So, auch jetzt zurück im Dorf, kann uns ja die Waffe wohl wegtun. Ei, ei, ei. Das hat mich ein paar Versuche gekostet, würde ich sagen. Wie viel insgesamt? Sechs? Sieben? Keine Ahnung, sowas in der Art. Zu versuchen da raus zu gehen, wart ein Scheiß. Hier ist nichts drin. Ehe, schade. Das ist glaube ich in einer anderen Version, wo das immer wieder nachgefüllt wird. Könnte Oblivion Lost sein. Servus. Ach, ich glaube mit dem kann ich nicht handeln, der ist kaputt. Ja, irgendjemand anders, okay, scheißegal. Ah, Hand of a Psydo Giant willst du? Habe ich ja. Ja, also habe ich gemacht, schon wieder eine Saiga gekriegt, Idiot. Habe ich auch gemacht. Ja, ich habe wieder eine Schroli gekriegt, aber wenigstens noch ein bisschen Geld. So, was hast du denn noch für Jobs? Ja, Blattsacker habe ich ja auch. Hier, habe ich auch gemacht. Und schon wieder eine Waffe gekriegt. Junge, was tust du? Taylor für Psydo Dog müsste ich auch haben. Zack. Ja, was hast du denn noch? Medusa. Habe ich auch, definitiv. Wodka. Bisschen Mission. Okay, was hast du noch? Steinblume. Hm, schade, möchte ich eigentlich nicht weg tun im Moment. Mal gucken, ob ich irgendwo Steinblume übrig habe. Ich glaube mit dir kann ich nicht handeln, du bist kaputt, ne? Wenn ich dir jetzt was verkaufen will, heißt es immer not enough money. Oder? Ja. Der ist aus irgendeinem Grund kaputt, der Idiot. Na ja gut, Pech gehabt. Na ja gut, Pech gehabt. Und ich kann auch nicht mit ihm handeln, dann heißt es auch, ich hätte zu wenig Geld. Was der heck hast du ihn in? Keine Ahnung, was da passiert ist. Ach, ich habe... Ne, das ist eine Medusa. Ich habe keine Steinblume extra, schade. Hm, sehr schade. Die ganze Munition lassen wir erstmal da drin. Die SVD nehme ich jetzt eh noch nicht. Aber ich glaube, die ganze habe ich sowieso irgendwo anders, oder? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. So. Ja. Ich würde sagen, bis dahin lassen wir es erstmal. Scheiß Fluchtversuch. Wie gesagt, es waren glaube ich so um die sieben Versuche, oder so. Wenn wir jetzt zurückgehen, wird es spaßig. Das heißt, ich sollte hier vorher nochmal einen Hard Save machen. Das mache ich jetzt gleich noch. Falls das irgendwie schief geht. Und ich glaube, ich muss gleich eine andere Waffe auswählen. Und zwar eine Schroti. Wir werden uns die Saiga schnappen. Damit wir eine Schroti dabei haben. Und vielleicht nehmen wir mit der Scheite Pistole. Ja. Vielleicht lieber eine Maschinenpistole. Oder haben wir keine, die reinpasst. Die hier geht glaube ich. Ja, ne. Die geht in normalem Slop. Das ist Quatsch. Ne. Dann lassen wir das so. Dann lassen wir die Pistole drin, die wir hier haben. Die Statkin, die ist ganz gut. Die hat Autofeuer. Ansonsten sind wir ja ausgerüstet. Was ist denn hier mit der Steinblume? Warum hast du denn die Steinblume raus? Oder habe ich die gar nicht rein? Dann war die Aktivität. Plus 5. Aber ich habe ja genug Minus, oder? Ich habe hier plus 15. Plus 15. Und mache aber hier. Minus 10. Minus 15. Minus 15. Ah, ich habe hier noch 20 plus. Ich habe hier noch was. Hier glaube ich sogar auch. Also gut, könnte man sogar noch eine Steinblume reinmachen. Aber Bulletproof sind wir eigentlich gut genug. Über 30 Prozent. Das ist okay. Rüstung könnte man reparieren. Dann wäre es ja wieder ein bisschen besser auch. Ja. Okay, bis hierhin mal. Den Stress hier mit keinem Inventarzugriff und keinem PVA und so weiter, bis ich an der Bar bin, mache ich mir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Das lief ja mal absolut beschissen. Und bis dann. Mal schauen, wie beschissen das dann läuft. Ja. Ciao.